... und Starlight-Flug nach Bologna. Mein Name ist Sandra Rairo, ich bin mit der Kaffee. Die Flugzeit besitzt heute ungefähr eine Stunde. Vergewiesen Sie sich jetzt, dass alle Ihre elektronischen Geräte hinter der Immobiltelefone ausgeschaltet sind. Dank. Im Namen der ganzen Besatzung wünsche ich Ihnen einen recht angenehmen Flug. Good morning, ladies and gentlemen. Auf behalf of Captain Gorbunic and his growth line, welcome you on board this list of Starlight-Flug to Bologna. My name is Sandra Rairo and have your personal visit light. The flight time will be approximately one hour. Make sure that all electronic devices, especially the mobile phones, are now next time. Thank you. Auf behalf of the whole crew, please do the flight. Also, wir sind da in Zürich 30, also 35 Minuten gut verspätet. Jetzt fahren wir jetzt, fliegen wir jetzt neben nach Bologna und nehmen dort weiter ein Taxi, ein Bus Richtung Florenz, etwa eine Stunde geht es. Dann wird dort genommen. Das Wimboe ist der Flughafen Airport in Florenz verschlossen. Das Wimboe ist der Flughafen. Vielen Dank.